Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man bei OpenOffice das Seitenformat auf die in A4 einstellt. Man geht hier auf Format, Seite, hat hier mehrere Registerkarten, wählt hier die Registerkarte Seite und wählt hier als Format A4. Und bestätigt dann die Eingabe mit einem Klick auf OK. Und schon hat man das Seitenformat dann eingestellt.